Die Hälfte aller Männer in Boston hast du eingezogen. Was glaubst du, denken deren Familien über mich? Die werfen nur deshalb keine Sachen nach mir und bespucken mich, weil du so beliebt bist. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren auf britisches Kaufmannsrecht. Das britische Kaufmannsrecht ist mir völlig egal. Vielleicht will ich überhaupt kein Anwalt werden. Das ist ein handfester Beruf. Oder nützlicher obendran. Ja, und ich möchte mich auch nützlich machen, aber jetzt und nicht hinterher. Ich trage die Dinger nicht, Mr. Slade. Die passen einfach nicht. Die Misses wird aber darauf bestehen. Nicht vergessen, bitte bloß. Hinauszögern. Das ist deine Lieblingstaktik. Mach dich nützlich, oder auf ihn abzulenken. Du würdest es mir nicht sagen, aber der Krieg ist in einem Monat vorbei.